Jawohl, brauche ich gar nicht. Okay, wunderbar. Das hier, das hier. Eine Krone vor mir. Ja? Piktor ruft an. Willst du mich verarschen? Danke. Tink-Tonk. Warte, Tick-Tock, Tick-Tock. Ja, 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 ja. Vielen Dank für die 333. Vielen lieben Dank, Mann. Ganz viel Liebe an dich. Dankeschön, Mann. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ist das denn schwanger? Du verlagierst dein Boden. Schäpper. Also heiliger Schäpper. Um die Ecke Schäpper mäßig. Achso, wir haben ein Commandzug. Ausrufezeichen, äh, Türe, Chat. Ausrufezeichen, T-Y-R. Tür. Wie spricht man die Waffe überhaupt korrekt aus? Ich kann nicht zu weit nach links schon mit der Maus. Es geht nicht. Och, es geht nicht, Bro. Wie ich Maus war schon an der Tastatur dran. Hohohoho. Du steigst wieder ein. Das ist so Bane. DG-LMG absoluter Lieblingsboden. Nur das ist verständlich. Die ist geil. Die ist sehr, sehr nice. Macht auf jeden Fall Bock. Bane. Also gegen die zu sterben ist halt. Low Sense, ja. Er war wegen Low Sense gestorben. Low Sense wirklich so viele Vorteile. Aber manchmal halt, besonders in solchen Gunfights, wünscht man sich was anderes zu haben. Weil die auch noch so kacke sind. Schau dir das an, weißt du. Das ist halt, es ist halt leider ein bisschen schade. Warte. Kannste nix machen. Das Gas kommt näher zur neuen Sicherheitszone. Kommen Sie, kommen Sie. Ich finde es gut, wie intensiv und actionreich die Fights sind. Hm. Und die sind noch nicht richtig schnell vorbei, oder? Das ist geil. Das dauert auch alles so lange. Einfach so. Richtig spannend. Ja, siehst du? Richtig spannender Gunfighter wieder gewesen. GG's. GG's an die Boys. Fuck. Bestätigung. 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 Den Rest haben wir auch geordet. Achtung. Ein Feindtrupp hat dich als Kumpfgeldziel markiert. Feinde kommen in den Bereich. Den Himmel beobachten. Wo ist denn der jetzt die ganze Zeit? Ich such dich schon so lange. I'm looking for you. Toll die Fights oder sind toll? Geil, Q-Musik, Kara. Oh nein, Wieselchen, der hat dich bald, oder? Der hat dich bald, ich seh das schon. Ich seh den nicht, ich hab keine Ahnung von wo der mich anschießt. Notschub. Auftrag nicht erfüllt, Feuereinstellen. Bereit halt, die Kabideeinstieg. Ey, Schmeinken, danke dir für den 16. Vielen lieben Dank, Schmeinken, ganz viel Liebe. Dankeschön. Oh. 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 ist doch geil oder ist doch geil dieses diese macht doch spaß so war der wirklich so jung ich habe das gar nicht gehört ich habe natürlich gar nicht gehört Oh, Imanchen? Imanchen? No. Oh Gott! Oh Gott! Viel Erfolg! Nein, was im Timing! Okay. Zwei Dreierteams um mich herum. Wie läuft Moorhuhn sowas denn? Is it? Don't disrespect my enemies, man. Und disrespect them like their buff. So. Oh mein Gott. Oh, die Waffe ist krass. In no joke, ich liebe es, die Waffe zu spielen. No, 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 no. Ja, ja, same Bro, same. Keine Sorge. Ach du heiliger Wimbam. Wie läuft? Die Nussleung beendet. Keine zweiten Chance mehr. Die Nussleung beendet. Noch eine Aufklärung in der Luft! Verstanden. Vor der Aufklärungsüberflug an! Noch eine Aufklärung in der Luft! Bestätigt. Verbesserde Drohne im Einsatzgebiet. Suche nach fairn läuft. Hallo Freund, do you have a do you have a mic this seems like you know